KI-Sprachsysteme können auch direkt als Werkzeuge in der Lehre eingesetzt werden. So können Studierende beispielsweise angehalten werden, Texte, die ein KI-Sprachsystem erzeugt hat, kritisch zu hinterfragen und den Faktencheck zu machen. Oder Studierende sollen eigene Zusammenfassungen von bestimmten Inhalten vergleichen mit Zusammenfassungen, die vom KI-Sprachassistenten gemacht wurden. Oder wir führen in der Veranstaltung Diskussionen mit dem Chatbot. Das heißt, Studierende stellen Fragen an das KI-Sprachsystem, dieses liefert Antworten und anschließend wird gemeinsam überlegt, wie man mit diesen Antworten weiterarbeiten kann. Außerdem kann ein KI-Sprachsystem direkt als Dialogpartner in der Lehrveranstaltung eingesetzt werden. Also Studierende stellen dem KI-Sprachsystem eine Frage und anschließend wird dessen Output gemeinsam diskutiert. Oder Studierende setzen ein KI-Sprachsystem in der Vorbereitungsphase im Inverted Classroom ein. Das heißt, sie machen sich kundig über bestimmte Inhalte in Vorbereitung auf die Lehrveranstaltung mithilfe des KI-Sprachsystems. Oder sie setzen das KI-Sprachsystem direkt in der Präsenzveranstaltung bei Problemlösen ein. Das heißt, Studierende sitzen zusammen in Gruppen, bearbeiten Probleme und nutzen das KI-Sprachsystem dabei als Unterstützung oder als Hilfe. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten, wie KI-Sprachsysteme auch direkt als Werkzeug in der Lehre eingesetzt werden können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017